Ich habe zum Beispiel noch einen Raketenwerfer, der bringt voran. Okay, wir kommen ran. Jetzt hat er wieder das andere Schiff. Was ist das? Er hat das Gebrauch und Viper. Und das eine machen wir jetzt auch noch kaputt. Ziele Schilder aktiv. Ziele Schilder deaktiviert. Nein, 20% Hülle hat er noch. Ziele Schilder deaktiviert. Ziel zerstört. Was heißt jetzt zurückfliegen? Einen habe ich noch. Ich glaube den schaffen wir auch noch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020